Heiße Show, Hosea bei Victoria's Secret. Das Highlight des Jahres, die heiß ersehnte Show des amerikanischen Dessou-Labels Victoria's Secret. Alljährlich schweben die schönen Engel grazil über den Catwalk und präsentieren sexy Lingerie inklusive ihrer knackigen Buddies. Gestern ist es wieder soweit. Alessandra Ambrosio, Carly, Klos und Co. schnallen sich die fabelhaften Flügel um und präsentieren sie zu lässigen Live-Stücken. In diesem Jahr für den passenden Soundtrack mit dabei, Shootingstar Hosea. Der hat das große Vergnügen, in unmittelbarer Nähe der schönen Models zu performen. Noch kurz vor der pompösen Show ist er daher verständlicherweise ziemlich nervös. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, dass mein Name neben einem Artikel wie so sein zu haben, ist für mich immer bafflingend. Ich bin gespannt. Ich habe nie so etwas gemacht. Ich habe nie so gemacht. Ich habe nie so gemacht. Ich habe nie so gemacht. Das wird ein Herausforderung. Aber es sollte ein interessantes Show sein. Es sollte sehr, sehr gut sein. Schlagen tut er sich dann aber gut, so ganz in schwarz. Ja, und auch die langbeinigen Engel sind zufrieden. Makellose Gesichter, heiße Strapse und ganz viel Glamour. Kein Wunder also, dass Lilly Aldridge aus dem Strahlen gar nicht mehr herauskommt. Bei so viel Sex-Appeal wird auch uns, trotz eisiger Temperaturen, wirklich richtig warm ums Herz.